Audio Ah, das ist schon eine gewaltig große Karosserie hier. Das ist genau die Zeit, als man die Flossen auch bei Cadillac so hoch hat, der 98 hier. Und dann kommen wieder zwei Mopa Autos. Sie sehen, die werden keinförmig, die haben diese speziellen Heckscheiben, die so nach innen gewölbt.